einfach er ich weiß nicht hat beschweren höheren level bereichten so speed up passives spiels spielte ich habe noch nie mit beschweren gespielt also nie zuvor ja vielleicht auf den deutschen das chaos mal kurz wenn ich hin wenn ich hin was mache ich ist schnell bis 70 schatten ist mit deutscher bildung ist nicht so und es ist natürlich nicht können als spiel zu passiven spiel haben natürlich auch nicht so dann laufen wir noch mal steigen und dann laufen wir einfach mal das wenigstens los ja da können wir auch nicht einmal entschuldigung war keine absicht ja hier hat das ist hier ja genau diese verhandlungen von sind wir wieder diese gehen ja ich werde mal ein paar kümmern schade ich nicht hier sieht man es nicht so besonders viel so müsste es stehen wir haben ja schon das erste naja kärtzimmer gehst du auch ne rein naja ok topple in schaut ok naja die wir schon einfach So, welche Rüstung ist denn das hier, Stiefel für die Magierin? Ja, die Rüstung, schau mal, nächstes. So, ja, gehen wir weiter, würde ich auch sagen, verwandeln wir uns natürlich wieder um, und wenn wir schon hier sind, ziehen wir gleich den neuen Spiel hinunter, so. Ja, so wie lange wir uns schon schafft, hier gehen wir hin, so, okay, hier werden wir so durchgehen, und dann hier ungefähr einspeichern, hier ist der bliebte Spot, und hier ist der Empowerer, obwohl ich habe noch 61 Cash, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, wir kaufen so einen Speedtruck, falls es diesen Rüstung gibt, sieht er nicht so aus. Moment, Moment, so verdammt mich hin. Ah, der wollte schon, der wollte ja schon wieder meinen Skill haben. Ja, da kann man dann auch gut Geld verlangen, ja, wie hast du nötig gehabt, kann man Geld dafür verlangen. So, mit 61 Cash werde ich nicht mehr richtig anfangen können. Oh, es wird avisiert, ist steigend. Woh, wo, 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 wo ... ich fahre, wo, wie sch t, ich fahre ja, fast ... Da habe ich es nicht hochgeschaut. So, hier sprechen wir mal, wenn schon irgendwie hell einfach als möglich sterben soll longing ... Okay, da habe ich ich mich erst zu viel zurückgelehnt, dann wäre ich es ... das sind das für dinge dass du kennt da war eine freundin ist aber was sind das für dinge machen wir angst und hier natürlich die dragon ja so konzentration fast das nötig ist ja okay einfach mal hier durch und hier noch mal wieder so einen beiget ist und hier noch mal vorbeigedriftet tja wo sind jetzt diese trinke mit 61 kisch kann ich ja nicht mehr viel anfangen nicht mehr mit cover geht sich raus gibt es diese trinke nicht mehr oder hat hat sich raus schade schade wirklich schade es habe ich 61 kisch und weiß nicht was ich mit diesem machen so so dass es eigentlich der schwierigere teil ist überstanden mit speichern zwischen speichern sollte man immer also wenn man erst auf so einen weg ist könnte er immer ich bin jetzt auf normen pfp auf den fünfer zwischen sprechen sollte man immer daher immer in roten sein böser mitspieler kommen könnte unter euch einfach oder auch mobs genau wie wenn jetzt irgendetwas am pc macht eine homepage schreibt oder einfach ein simples dokument macht einfach zwischenspeichern macht mir auch so so ja hier greift wir uns nicht um es sind nicht angriffslustrig ja da haben wir schon wieder die hälfte mehr als die hälfte hälfte zurückgelegt so geht's 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 nicht geht's nicht geht's aber die sieht ja geil aus das haben wir ja alles okay so okay hier ist es der spot jetzt musst du mir aufpassen ich komme gleich die sphinxen sowas diese schwerdinge die normale die elite alles was es gibt und die werden uns natürlich töten wollen was sonst ein beschi level also beschwöre level siebzück habe ich nicht gefunden habt ihr nicht wirklich geschaut aber ja so der langweilige der langweilige teil werden fast geschafft so sagen würde ich mal sagen hier wird man nicht sterben und hier wird es schon mächtig gefeiert ok ja einfach mal ich würde sagen wir speichern den spot hier einfach mal dahinten ein paar hier trotz dem team hier greifen euch die mobs nicht ich bin nur mal schnell kurz weg bis dann so hallo und herzlich willkommen zum nächsten part das heißt ein failure dem team das werk machen ok damit keine hilfe ok damit keine hilfe ja hier noch mal die teams rein das natürlich zusammen und 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 so er liegt er kommt schon nicht ich brauche ihn ja ich würde sagen sollte man ein bisschen das aufheben so hier werden noch ein pad umgebracht und eine geht sich doch noch aus ja hier wäre es auch man auch kann ja alles brauchen ja und sterbe ich halt etwas schulder ich ja bekommen ich sterbe nicht sterben ich werde nicht sterben oder so auf jeden fall sind das level 57 das ist hier schon mal gut würde ich sagen so ja sie hat sich ja das macht ja okay so dann würde ich mal sagen wir haben einen titel bekommen dass wir gleich mal reinsetzen ja mehr speed wenn fährlich level 13 da würde ich mal sagen wir noch kurz weiter das einfach auto jetzt und ja so ja sieht geil aus so eigentlich der beschwerter die stiefel na toll ja ich habe noch eine erfahrung sammeln